Wenn ich wählen könnte, mit wem ich zu Abend esse, käme nur eine Anfrage. Gott. Meine Mom wird mich umbringen. Hier steht, auswaschbar. Ebenfalls aus Berlin, Miss Bliss Cavender. Es tut mir leid, wenn diese Misswahlen deinen hohen moralischen Ansprüchen nicht gerecht werden. Aber da kannst du viel lernen, egal was du aus deinem Leben machen willst. Es gibt so viele tolle Orte auf der Welt. Wer kommt da freiwillig nach Baudin? Sag mal, machst du jetzt einen auf alternativ? Alternativ zu was? Was ist das? Ein Roller-Derby? Willkommen zu Skate Night im Warehouse. Der wird für den Aufrunddienst bedürftigt. Ich würde dir nur sagen, dass ihr meiner neuen Helden seid. Zieh ein paar Skates an und sei dein eigener Held. Auf meinen Rollstuhl ist noch eine Barbie drauf. Aua, ne Brüder. Du könntest unser Maskottchen sein. Ich habe meinen Arbeitsplan geändert, weil ich dienstags und donnerstags Nachhilfestunden nehmen werde. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich stehe auf schlaue Mädels. Darum habe ich auch deine Mama geheiratet. Und weil ich sie dick gemacht habe. Das sieht gut aus, Barbie. Du darfst mit ihm knutschen, aber mehr nicht. Hat schon mal einer auf die Bahn gekotzt? Klar. Gleich lernt ihr die neue von den Hurtsguards kennen. Hey, Rufler! Das hier sind also deine Nachhilfestunden? Ich liebe, was ich mache. Wir dürfen nicht die Chance verpassen, unser Kind restlos glücklich zu machen. Wir sind die Nummer zwei. Wir sind die Nummer zwei. Die zweiten Gewinner von zwei Teams. Ganz toll. Ja, genau. Feiert eure Mittelmäßigkeit. Das ist ganz toll. Das ist ganz toll.